Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Jo, mein Name ist Michael und wir spielen die Quest, erreiche die Pilgerzugflucht immer noch, weiter. Aber wir müssen soweit, also fast da sein, ja. Du musst dich auf die Unterschiede konzentrieren, dann verirrst du dich nicht. Ich wollte mich noch auf diesem Wege bei allen bedanken, die kommentieren, liken und ein Abo da gelassen haben und mir folgen. Sehr, sehr herzlichen Dank an alle, die das getan haben. Und ich hoffe, es wird weiter so gut laufen und weiter gehen. Es würde mich freuen, es macht mir Spaß, euch Freude zu machen, euch Videos zu machen, zu zeigen, live zu gehen auf Twitch. Da könnt ihr auch gerne reinschauen, xxmichaelboxx. Ja, folgt mir dort, wenn ihr keine Lives mehr von mir verpassen wollt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir machen jetzt weiter. Das Imperium hat die Fährte aufgenommen. Wir sollten uns trennen. Ich verzögere ihr Fortkommen. Wir treffen uns in der Nähe des Tempels. Hm. Hey, Maren! Pass auf dich auf. Ich übernehme das Aufpassen, Kel. Jetzt sind's wieder nur wir beide, Kumpel. Willkommen, Reisender. Ob schon deine Reise vor langer Zeit begann. Hm. 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 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, 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 ich bin Dieses Biest sieht hungrig aus. Hm. Hm? Hm. Ich muss das da rausholen, ne? Äh. Äh. Hm. Ja, ich muss das wahrscheinlich da hinschieben, aber... Ja, weiß ich nicht. Ich krieg's da ja nicht raus. Oh. Ah. 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 Hm. Ich will die Toten nicht wecken. Hingabe bis zuletzt. Aber für welche Sache? Zieh dir das an, BD. Ich will die Toten nicht. Hmm. Was ist das? 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 Das macht doch gar keinen Sinn. Wo will ich hier hin? Warte mal. Ah, jetzt verstehe ich. Was ist das? 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 Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Was ist das? 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 Okay. Okay. Was für Pilger kommen überhaupt so weit raus? Stell dir vor, diese Stürme zu durchqueren, nur um einen weiteren Ort zu finden. Tja, eine Zuflucht ist wohl unbezahlbar. Ach, meine Fresse. Junge. Wieso macht der einen Doppelsprung, Alter, wenn ich nur einmal drücke? Ach, komm. Was ist das? Mann! Junge, da steht der mitten dazwischen. Kehr nochmal. Ich habe ja nichts zu tun, als hier rumzuklettern, zehn Jahre. Und jetzt? Hä? Wo soll ich denn da hin? Das ist doch nur diese Platte. Ja, herunterrutschen. Maren sagte, das wäre der Weg zu einem Hintereingang, oder? Hoffentlich findet sie einen anderen Weg für diese Flüchtlinge. Sie haben genug durchgemacht. Das sollte uns ein wenig Deckung verschaffen. Das sollte uns ein wenig Deckung verschaffen. Hä? Hä? Das ist Das ist Hä? Warum ... Wieso ist es ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 wozu habe ich jetzt da oben da rausgezogen wofür wo sich der walter junge junge macht Sinn Vielen Dank. Das war's für heute. Alles sicher. Das war's für heute. 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 Wir sollten vorsichtig sein, wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Wir sollten uns nicht verabschieden, wir sollten uns nicht verabschieden. Oh! Was ist das? Ich stehe jetzt nicht, ja. Wir scheinen näher zu kommen. Wir scheinen näher zu kommen. Maren hält uns den Rücken frei, Kumpel. Maren hält uns den Rücken frei, Kumpel. Das verschafft uns etwas Schwung. Das ist ein Rücken frei, Kumpel. 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 Und der Weg offenbart sich. Das sagt sich so leicht, wenn man schon in Frieden ruht. Das macht ein Rücken frei, Kumpel. Das ist ein Rücken frei, Kumpel. Ich muss einen anderen Weg finden. 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 Ich muss einen anderen Weg finden.